Der SC Frankfurt 1880 ist der bekannteste Sportverein für Hockey, Tennis, Rugby und Lacrosse in Frankfurt am Main. Er hat insgesamt acht verschiedene Sportabteilungen. Die Vereinsfarben sind schwarz und rot. Geschichte Im Jahr 1880 wurde der Fußballclub Frankfurt durch den Zusammenschluss der zwei Rugby-Mannschaften Germania und Franconia Frankfurt unter der Ägide der herausragenden Sportlerpersönlichkeit von Hermann Stassny gegründet. Die einzige Sportart war damals noch Rugby, der als Rugby-Fußball bezeichnet worden war. Nach vielen erfolgreichen Spielen gegen Vereine in Deutschland wurde bereits 1894 die erste Auslandsreise angetreten. Es kam damals zu einem Treffen mit den Blackheath in London. In Anerkennung der damaligen Leistung der Gäste verlieh der Blackheath Football Club den Rugby-Spielern in der Zukunft das Recht in ihren eigenen, nach heutigen Klubfarben rot und schwarz ihre Spiele auszutragen. Bei den Olympischen Spielen 1900 in Paris trat der Fußballclub Frankfurt für Deutschland im Rugby an und erhielt die Silbermedaille. Als zusätzliche Trophäe erhielt der DFB für die Teilnahme des Vereins die Viktoria. Diese wurde von 1903 bis 1944 dem deutschen Fußballmeister überreicht. Ursprünglich sollte die Viktoria jährlich abwechselnd dem Fußball- und dem Rugby-Meister verliehen werden. Im Jahr 1905 wurden dann auch zum ersten Mal Hockeyspiele erwähnt. Zudem wurde ebenfalls die Leichtathletik in das Sportprogramm des Klubs aufgenommen. 1907 veranstaltete der Klub einen Hockey-Wettbewerb für Bundesländer, den Silberschild, der bis 1992 ausgetragen wurde. 1914 wurde der Fußball-Club Frankfurt in Sport-Club Frankfurt 1880 e.V. umbenannt. In der Folgezeit zog der Klub dann nach Stationen auf der Körner Wiese, dem Palmengarten und der Luisa 1923 auf die heutige Klubanlage an der Artikis-Allee. Charismatische Klubmitglieder wie Richard Merton und andere machten dabei unter immensem persönlichen Einsatz diesen Umzug möglich. 1924 hatte der Klub fünf verschiedene Sportabteilungen. 1926 stellte Mille Reuter, die bei der Leichtathletik des SC 1880 aktiv war, einen neuen Weltrekord im Speerwerfen auf. Sie warf ihn 38,36 Meter weit. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Sportbetrieb eingestellt. Erst 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Sportbetrieb wieder aufgenommen. Jedoch konnte man nur die Sportarten Hockey und Rugby ausüben. Im Jahr 1958 wurde das Klubgelände auf 70.000 Quadratmeter erweitert. Im Jahr 1968 gewannen die Herren die ersten deutschen Meisterschaften im Hockey sowie später noch fünfmal den Europacup im Hockey. 1978 wurde eine Tennis- und Squash-Halle auf dem Vereinsgelände erbaut. 1980 wurde der Sportklub im Rahmen einer Feier 100 Jahre alt. 1980 und 1989 wurden die ersten zwei Rasenplätze in Kunstrasenplätze umgebaut. 1999 wurde ein neues Klub-Restaurant gegründet. 2004 erweiterte der Klub nochmal das Sportprogramm La Crosca mit einer Abteilung hinzu. 2005 wurde im Rahmen einer großen Veranstaltung das 125-jährige Jubiläum gefeiert. Mit rund 1850 Mitgliedern, davon mehr als die Hälfte unter 18 Jahren, ist der Klub einer der größten Hockey-Vereine Deutschlands. 2007 wurde der neue Kunstrasen II eingeweiht. Die Abteilung, der Sportklub Frankfurt 1880, ist nicht nur der traditionsreichste, sondern seit vielen Jahren der auf allen Ebenen sportlich erfolgreichste Frankfurter Hockey-Verein. Als einziger Frankfurter Sportverein stellte SC 1880 seit Jahren eine Bundesliga-Mannschaft sowohl im Herren- als auch im Damenbereich. Neben den Bundesliga-Mannschaften nehmen im Erwachsenenbereich drei weitere Herren-Mannschaften und zwei Damen-Mannschaften am Spielbetrieb teil. Wobei die 1b-Mannschaften immerhin in der Regionalliga bzw. der Oberliga-Hessen spielen. Ein weiterer Schwerpunkt der sportlichen Aktivitäten liegt im Jugendbereich. Am regelmäßigen Spielbetrieb nehmen 18 Jugendmannschaften teil. Sportlich gesehen ist die Jugend des SC 1880 auch sehr erfolgreich und hat schon mehrere Hessen-Meistertitel gewonnen. Außerdem wird jährlich ein gut besuchtes und mit vielen Topmannschaften besetztes Jugendpfingst-Turnier ausgerichtet. Die Hockey-Anlage des SC 1880 ist zudem Leistungszentrum des hessischen Hockey-Verbandes. Die Kader des HHV, männlich und weiblich, trainieren auf den Kunstrasenplätzen des Klubs. Der SC 1880 ist auch regelmäßig Veranstalter von überregionalen Spielen. Endspiele um die Deutsche Meisterschaft, Ausrichtung der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft stehen hier an erster Stelle. Auch Länderspiele werden hier ausgerichtet. Rugby-Rugby ist die älteste und damit Gründungssportart, die der SC 1880 anbietet. 1951 spielte die Rugby-Abteilung des SC 1880 in Oxford gegen das Watham College und bereits 1953 kamen, wie oftmals vor 1940, die Oxford Greyhounds nach Frankfurt. Weitere internationale Begegnungen gab es gegen die Universitätsmannschaften von Parma, Paris und Brüssel. Aus dem SC 1880 haben sich 36 Herren in 142 Berufungen als Nationalspieler qualifiziert. Heute spielen Spieler aus mehr als 20 Nationen für die Rugby-Abteilung. Im Jahre 2006 wurde im 1880 erstmals in Deutschland eine Profi-Rugby-Mannschaft von Ulrich Bützio ins Leben gerufen, bei der die überwiegende Zahl der Spieler Rugby zum Beruf gemacht hat. Die Spieler aus 16 Nationen gewannen in der Hinrunde der Saison 2006-2007 bis auf ein unentschiedenes Spiel gegen den Sportclub Neuenheim alle Spiele und führten die Tabelle auch nach Hin- und Rückrunde mit großem Vorsprung an. Das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft am 12. Mai 2007 ging aber vor heimischem Publikum gegen den Titelverteidiger RG Heidelberg mit 15.23 Uhr verloren. In den beiden folgenden Jahren gewann die Mannschaft durch Siege in den Endspielen gegen die RGH und den Heidelberger RK zweimal in Folge die Deutsche Meisterschaft. La Crosse wird seit 2000 im SC 80 gespielt. Die Mannschaft Frankfurt Kosmos war als Gast auf dem Gelände zugelassen. Im Jahr 2004 wurde dann La Crosse als Sparte mit jeweils einem Damen- und einem Herren-Team in den SC 80 integriert und ist seither zu einem festen Bestandteil des SC 80 geworden. Im Jahr 2005 wurden die erste Herren Deutscher Meister bei einer DM-Endrunde, die gleichzeitig auch beim SC 80 ausgerichtet wurde. Die erste La Crosse-Damen des SC 80 sind im Jahr 2008 Deutscher Vizemeister geworden. Die La Crosse-Abteilung hat für alle Nationalmannschaften des Deutschen La Crosse-Verbandes Nationalspieler gestellt. Mittlerweile gibt es neben den erwachsenen Mannschaften auch Jugendtraining für Jugendliche ab 10 Jahren. Für zwei Spielzeiten 1965 66 und 1966 67 war die Eishockey-Mannschaft des SC 1880 in der damals drittklassigen Eishockey-Regionalliga. Deutsche Meisterschaften 2015 Jugendmannschaft in Altersklasse U12, U14, U16 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Vielen Dank.